Das ist ein chinesischer Hotbox. Und Leute, ich sag's euch, das ist so, so lecker. Das ist in Paris und ich war hier schon mal, aber dieses Mal mit meiner Familie. Wenn man sich zu Tisch setzt, bekommt man eine Karte, wo man ankreuzen muss, was man rein möchte. Ich hab natürlich Enoki-Pilze angekreuzt. Kam auch schon die Suppen-Base mit allen Zutaten, die wir alle bestellt haben. Ja Leute, was soll ich sagen, meine Familie und ich bestellen immer so viel. Aber nichts wird übergelassen. Hier mach ich die Enoki-Pilze rein, die müssen eine Minute in der Suppe kochen. Also basically macht man alle Zutaten in die Suppe rein. Dazu kann man sich hier auch eine Soße selbst zusammen mischen. Bei uns wurde die Suppe sogar zweimal nachgefüllt. Und wir haben noch Zutaten nachbestellt und es war wieder alles weg. Ihr müsst chinesischen Hotbox unbedingt mal probieren, das ist so, so lecker. Oder habt ihr schon mal probiert?